Habe aber auch kein Problem damit. Das ist schwierig. Ja, würde ich schon ausprobieren, aber ich glaube, das ist schwierig bei meinen Haaren. Aber wenn ich solche Haare hätte, würde ich schon mal ausprobieren. Der, der sich auf jeden Fall am meisten Gedanken macht, ist Romain Böcki. Das kam eigentlich direkt, als ich hier ankam in Dortmund. Ich glaube, hier wird aus einem Julian einfach eine Jule gemacht. Deswegen, ja, die Mitspieler, die Trainer haben damit angefangen. Habe aber auch kein Problem damit. Notbremse. Ja, schwierig. Ich finde, Ajax macht es wirklich richtig gut. Sie sind so ein bisschen der Geheimfavorit, aber ich glaube an Liverpool. Die Frage habe ich schon öfters mal gestellt bekommen. Schwierig. Für mich war es einfach immer der Plan oder der große Traum. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre ich irgendwo im kaufmännischen Bereich gelandet oder so, weil ich mir da in der Schule immer relativ leicht getan habe. Aber ja, ich bin trotz allem froh, dass es mit dem Fußball geklappt hat. Mein bester Kumpel hatte die immer bei 60 München und meine Nummer von 60 München war nicht mehr frei hier. Die 28 und dann habe ich die 33 genommen. Was ist schwierig, wenn man einen Titel holt und selber überhaupt nicht spielt? Man fühlt sich einfach nicht so, als hätte man so viel dazu beigetragen. Aber ja, am Ende der Karriere schaut man natürlich dann schon gerne drauf, wenn man einen Titel geholt hat. Deswegen schwierig, kann ich so nicht beantworten. Ja, unbeschreiblich, wenn man auf die Süd guckt und da einfach 25.000 Schwarz-Gelbe stehen, ist es einfach ein unglaubliches Gefühl und jedes Mal wieder Gänsehaut. Das ganze 설ar ist einfach ein August. Vielen Dank.